ja hallo herzlich willkommen jetzt wieder ostern osterzeit und gute zeit gehabt und wieder etwas auf ihn verlassen für euch hier dieses gerät wahrscheinlich wieder an euch genau das ist diese halterung die ich schon mal vorgestellt habe und ich hab sie wirklich auch schon erfolgreich eingesetzt die ist jetzt noch hier verklebt ich schaue jetzt schon zu packen review und rein und steckt das teil oben ein in die halterung in die fernbedienung von der dj mini 2 da geht es nämlich nur und der mimic mini r da können sie nicht rein machen hier oben rein steckte die dann halt und können ein halsband dran machen und bequem und sauber dann in schönen handstand warten machen gehabt und die hände frei wirklich absolut cooles teil wie ich sagte irgendwann mal die tscheine macht ja noch mal eine halbe rum dran und ja das geht jetzt an euch raus sie können schreiben die haben wollt wie gesagt ich werde jetzt verschenken von nicht unbedingt verlosen schickt mir bitte auch link von kanal war schon mal reinschauen dann wir euch selber entscheiden das teil bekommt da macht das sind eine medizin mini 2 hat oder eine mavic r2 dann macht es halt einfach sind sonst quatsch ja verschenke es an euch und wünsche euch ein frohes osterfest